In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer vorhandenes Elite Strap zum Beispiel von Kiwi Design mit einer Powerbank ausstatten könnt. Das spart euch einiges an Geld und ihr müsst euch kein neues Strap kaufen. Bleibt dran! Für diese Battery-Modifikation braucht ihr folgende Utensilien. Eine Quest 2 mit einem Elite Strap. Irgendeinem Strap, wo hinten ein Bereich für den Kopf ist, wo man eine Powerbank dran machen kann. Einfach hier so etwas reicht nicht, beziehungsweise da werdet ihr die Powerbank nicht gut befestigen können. Es muss einen Bereich wie hier oder wie hier geben, wo man die Batterie dran machen kann. Eine Powerbank. Die sollte klein sein, die wird oft als Mini-Powerbank vertrieben. 10.000 mA sind das jetzt hier. Und wie ihr eben schon gesehen habt, passt die hier super. Sie kann natürlich auch kleiner sein, aber wenn sie kleiner ist, hat man nochmal Schwierigkeiten, die festzumachen. Die könnte noch ein bisschen dünner sein auf jeden Fall. Aber mit einer großen würdet ihr auch bestimmt zurechtkommen, aber ich fand die jetzt optimal. 10.000 mA ist ungefähr die doppelte Menge von der Quest 2. Und die hat nochmal eben dafür gesorgt, dass man die Zeit verdreifachen kann, um die Quest 2 nutzen zu können. Dann braucht ihr selbstklebende Klettverschlüsse. Die halten hier zusammen und sind an beiden Seiten beklebbar, beziehungsweise selbstklebend. Und ihr braucht so Klettkabelbinder. Ich bevorzuge welche, die man hier durchschlaufen kann, aber es kann auch jede andere Form von Kabelbinder sein. Und ein Kabel, am besten mit angewinkeltem C-Stecker, USB-C, damit man diese an die Powerbank machen kann. Äh, an die Powerbank. Hier kommt die an die Powerbank. Fokus. Und an der Seite an die Quest. Und die sollte angewinkelt sein, damit sie schön an der Quest 2 entlang geht und nicht so leicht rausfällt. Das sind 50 cm. Und das reicht auch vollkommen aus. Als allererstes nehmen wir die Powerbank und packen den Klettverschluss hier, den selbstklebenden, an die Powerbank. Welche Seite ist relativ egal. Dafür nehmen wir erst mal eine Seite und machen den Kleber ab. Und kleben die relativ mittig an die Powerbank. Dann ziehen wir das Kleber auf der anderen Seite ab. Beziehungsweise nicht das Kleber, sondern die Schutzfolie. Und platzieren diese an die Stelle, wo wir sie am besten finden. Ich hatte sie ja schon an beiden Seiten. Beides funktioniert super. Aber je nachdem, was für eine Tasche ihr habt, kann es natürlich praktischer sein, es zum Beispiel hier oben zu platzieren. Und in diesem Fall werde ich sie auch oben platzieren. Achtet darauf, dass sie mittig ist. Damit hält die Powerbank schon mal an der Quest und wir können den Rest erledigen. Was ich toll beim Kiwi-Strap finde, ist, dass man das Polster hier abmachen kann. Und hier hat man dann auch schon Klett. Da ist nämlich auch schon Klett bei. Und dadurch können wir, wenn wir das Velcro hier benutzen, also Velcro bedeutet Klett. Ich gucke immer Tutorials, wo das Velcro genannt wird auf Englisch. Deswegen komme ich hier manchmal ein bisschen durcheinander. Wir können jetzt hier genau darauf achten, dass wir das Klett so platzieren, also von der jeweils rauen oder auf der weichen Seite, dass wir hier das Klett unterstützen, was eben hier sowieso schon beim Kiwi-Strap ist. Hier ist nämlich die raue Seite. Und wenn wir die weiche Seite verbinden, hält es erstens besser. Wir fählen das hier hinter einfach. An der Powerbank vorbei. An der Schlaufe auch vorbei. Also nicht Schlaufe hier an dem Top-Strap. Und befestigen das. Muss gar nicht so fest sein. Es wird ja auch noch an dem doppelseitigen Klebeklett festgehalten. Ich zeige euch das nochmal. Vielleicht das irgendwie vielleicht. So seht ihr hier. Da ist das Klett. Hält an dem Klett von dem Strap selber. Und man kann es hier, also wenn man jetzt auch noch das Polster wieder dran macht, kann es sich an dem Klett hier auch noch festmachen. Und das finde ich hier bei diesem Strap und in dieser Mod super ideal. So, das machen wir mit der anderen Seite genauso. So, weiche Seite an das Klett von der Halterung. Und dann befestigen wir das Ganze. So, und jetzt wird es eben von beiden Seiten festgehalten, damit es hier nicht wegrutschen kann. Das Klett unter der Powerbank hält das Ganze am Platz. Und jetzt können wir, damit es hier natürlich nicht irgendwie nervig ist, weil das ist bei anderen Straps immer der Fall. Wenn man da natürlich Klett drum macht oder einen Kabelbinder, dann habt ihr den am Hinterkopf. Hier in diesem Fall kann ich das Polster einfach, ich zeige euch das am besten so. So, das Polster kann hier einfach wieder dran, über das Klett, über den Klettkabelbinder. Und dann ist es für uns auch gar nicht mehr zu spüren. Es ist einfach verschwunden. Kann man machen. Nimmt hier natürlich Gewicht nach hinten, dadurch ist die Frontlastigkeit der Quest ausgeglichen. Super gut, meiner Meinung nach. Wenn ihr euch wundert, das ist einfach nur der Clip von der Rift S, den ich über hatte. Aber ihr könnt dann natürlich auch einfach, um das Kabel gleich festzumachen, nochmal einen Kabelbinder nutzen. Oder es einfach frei schweben zu lassen. Jetzt verbinden wir nur noch das Kabel. Ich habe das hier bewusst an der rechten Seite gemacht, damit sich das hier vorbeischlingelt. Damit sich das hier festhält, könnt ihr natürlich das Kabel einfach hier drunter fädeln. Oder ihr nehmt, macht es hier vorne dran. Da könnt ihr gucken, was für euch am optimalsten ist. Ihr könnt es natürlich auch einfach locker lassen, je nachdem. Warum das Kabel hier ideal ist, beziehungsweise die Länge zeige ich euch hier. Das ist dann hier festgemacht. Wie gesagt, könnt ihr einfach mit einem Kabelbinder machen. Dann geht es hier einmal rüber. Wie gesagt, könnt ihr dann gucken, ob ihr das hier drüber macht. Kann ich zum Beispiel ganz einfach hier öffnen. Und auch das Kabel hier mit einspannen. Gar kein Problem. So. Wenn ihr euch wundert, der Knopf hier, der ist komplett irrelevant. Also, der zeigt einen nur an, wenn man draufklickt, wie viel Akku der noch über hat. Ist bei mir jetzt natürlich verdeckt. Aber zur Not kann ich das eben auch zur Seite schieben. Gar kein Problem. So. Und jetzt kann man die einfach hier mit einem kleinen Knick. Aber keinen harten Knick. Leichter Bogen. Sollte dem Kabel aber nicht schaden. Dann habt ihr das Ganze hier schön fest. Das Kabel stört nicht. Ich kann das hier öffnen. Ich kann das hier weit genug auseinanderziehen. So. Komplett auseinandergezogen. Das Kabel hat jetzt eine leichte Spannung. Wobei. Spannung kann man das nicht mehr. Ist auf jeden Fall locker genug, um es komplett auszuziehen. Gar kein Problem. Meiner Meinung nach die kostengünstigste Mod. Wenn man nicht sowieso schon einen Battery Strap hat. Wie das Elite Strap mit Battery. oder das neue Bobo VR M2 Pro. Was jetzt irgendwie bald kommt. Aber wenn ihr das Kiwi Strap habt. Oder es euch holen wollt. Oder überlegt. Okay. Ich will zwar das Kiwi Strap. Aber mir fehlt da so eine Batterie. Das hier ist meiner Meinung nach einer der besten und kostengünstigsten Mods. Die ihr euch basteln könnt. Wenn euch das gefallen hat. Das Video. Dann lasst doch gerne ein Like da. Kommentiert. Abonniert. Ihr kennt das ganze Prozedere. Und ich hoffe ich konnte euch helfen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020